Eine Gentauerin. Halb Mensch, halb Pferd. Vielleicht ist es an der Zeit, den Pferden was zurückzugeben. Ostwind. Ich hatte schon wieder diesen Traum. Nackt auf dem Schulhof? Den habe ich auch immer. Wir haben das Einhorn gesehen. Ich hätte sie fast gehabt. Es sah aber nicht so aus, als würde sie freiwillig zu dir kommen. Und was macht ihr hier? Ist das dein Wald oder was? Ja, irgendwie schon. Dann tut es mir leid, dass sie nicht geklingelt hat. Wo sind die eigentlich alle? Der Kredit ist gekündigt. Was ist mit diesem Wunderwert, das du gekauft hast? Ostwald oder Südpol. Nordwand. Wenn das wäre doch was. In zwei Wochen vielleicht Kaltenbach an die Bank. Ja, irgendwas wird man ja wohl noch tun können. Ein Turnier. 50.000 Euro Pressgeld. Beginär ist das denn? Springen? Kannst du schon. Im Gelände reiten machst du dauernd, es bleibt nur noch Dressur. Dressur. Was habe ich ihm beigebracht? Ist doch auch Dressur. Dressur ist doch ziemlich das Gegenteil von dir. Und wenn wir ihn hier machen? Und er wäre? Ich helfe dir, dein Pferd einzufangen und du hilfst mir, meins Pferd zu bekommen. Du verstehst Pferde auch nicht wie ein Mensch oder wie ein anderes Pferd. Was machst du jetzt? Ich mache es auf meine Art. Dressur ohne Trense. Das geht doch nicht. Das ist erst der Anfang Tegas. 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 Untertitelung des ZDF, 2020